Willkommen zu GDR 5. Wir sind gerade mit Fränkling auf dem Weg zu unserem Avarazzi Kumpel. Um mal zu sehen, was er als nächstes von uns möchte. Das letzte Mal mussten wir ja von prominenten Fotos machen, dann muss er sehen, was er heute so hat. Wir müssen noch reinzauern. Da müssen wir sogar noch ein Fotos schießen. Wo ist er denn? Da ist er da. Hey Beverly. Oh man, you fucking ruined the shot. You ruined the fucking shot. What the fuck you talking about? You ruined the fucking shot. It's a fucking reality show and you ruined it, homie. Homies got you them photos. Poppy Mitchell, the English Princess, the others. Oh, right, man, you know? Don't even remember, right? The whole thing is . But what about my money? We're shooting a show here trying to work. Hello? Oh, just, you know, have somebody call my agent or something. Man, fuck you. Whatever. Back to one? Please, we're shooting something? Okay, okay, okay. Now where were we? Guys, do we have enough shots to be jumping around the corner? Uh, I think we're good. We'll cut Poppy's reaction in when we get back to the studio. Awesome. I can't believe the effort I used to go to for celebrity shots. If I'd known I could just get my agent to call their agent and stage it all, my life would have been so much easier. Yeah, well, welcome to the big leagues, my friend. Let's get some lead in lines and then we'll wrap. Sure thing. Uh, we're rolling? Good. Okay. Poppy Mitchell, all-American good girl turned deviant slut. For years, she's cultivated the image that butter wouldn't melt in her mouth when all along it's been dripping with a different kind of protein. Is that too much? It's just weird, man. It doesn't even make any sense. Isn't butter a fat, not a protein? You're also literal. Okay, scrap that. Let's pick up. According to my insider sources, Poppy has been spotted here at the generic hotel. The question is, why? Is she really attending a charity fundraiser for starving children? Or is she getting tag-teamed by the cast of Medicaid Me? There's only one man you can trust for the answers, and that's why I'm risking life and liberty to bring you the truth. And cut. That'll work. Let's call it a day. I'll get the shot of you walking to the car. Ciao, ciao, babies. Was. Oh, sorry. Oh, sorry, I'm sorry. Dann haben wir jetzt zu Devin. So ein schöner Raubüberfall, wo man noch Geld verdient, nicht schlecht. Was? 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 Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ein schönes Gespräch über meine Vorbereitungen für einige kräftige Kommunisten in China, die viel mehr wert sind. Was? Rob und meine so-called Freunde, Slick. Warum? Warum? Weil sie haben Dinge, die niemand mehr hat, weil sie es können, weil ich, ehrlich gesagt, ich bin rich genug, um zu tun, was ich will. Und du bist schuldig genug, um mich zu fragen, was du dumme Frage. Ich meine das als Freunde. Namaste. Das ist ein schönes Gespräch über die Wert der Freundschaft. Oh, of course, you must be the creepy one. And that's coming from you? Please. Mmm. What's going on? You're gonna dress up as traffic cops and you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Oh, ho, ho. You finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, team. Dog, I don't know if this shit is foamy, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look, I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now are you gonna do this or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. So, if I understand this right, I'll do a car checking. No, no. No, no. Ja, dann fahren wir mal zu dieser Tankstelle und dann sehen wir ja. Ne, wir lassen den Warten lieber mal ganz. Ich würde hier gerade abkürzen, aber ich denke mal, dass es gut wäre, wenn der Warten ganz bleibt. Ich würde hier auch mal sehen, dass es gut wäre. Was geht denn? Sind wir jetzt im Arbeitsverkehr oder was? Berufsverkehr, mein ich. Gibt es ja wohl nicht. Hey Frank. Hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. Alright man, look, I'll see you soon. Yeah, we'll pick you up coming through Grape Seed. Get the drivers there and get them going at speed. Okay, also sind wir der Lockvogel. Und ich denke mal Michael und Trevor werden das dann mit dem Kratzer gehen. Ich bin ja mal gespannt. Wie das dann von starten geht. I'm telling you 2.7 millimeters. Who the fuck does 2.7? How about we see which one of you two is for real? So get in your cars and let's see if they move as fast as your mouth. Ooh, the fool is a racist. We were just getting out of here anyway. So schnell kann's gehen. Weg 2.8j. Weg 1. once a keer. Weg 3.8j. Weg 2.7 melhor. Weg 3.8j. Das ist so... Ich mag das gar nicht, wenn man so schnell fahren muss. Alleine ist bisher den Controller falsch angedippt und schon blickt man von der Straße. Der Rest bin nicht vorbei. Also mit den alten Kübeln kriegen wir dir noch nie eingeholt. Oh Gott. Wenn ich jetzt nicht viel sage, ich bin hochkonzentriert. Dein Hin und Her ist nicht hilfreich, Michael. Oh Gott. Ich bin auf dem. Wir fahren in Polito Bay. Traffic nice slowing down. Stay on them, T. They'll stop eventually. How far they taking us? I can swear we've circled half the state. Frank's still on them. The dickhead's going, we'll have to stop and take the heat. Will you want to catch these assholes? Ich hab nicht das Gefühl, dass wir aufholen. Der Franklin könnte sie ja ein bisschen ausbremsen. Ausbremsen, ne? Waaah. Steig wieder aufs Motorrad? Okay. Hätte nicht gedacht. Lass mir die noch griechen. Okay. Du und dein Junge sahen, wie du mit dem Radfahrt warst, von wo wir sind da. Also, uh, warum kannst du dich aus dem Auto gehen? Komm. Officer. 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 Ist das wirklich notwendig? Ja, es ist. Geh da. 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 Ich glaube, Sie sprechen über die Fahrzeuge. Geh sie in Haze Auto auf Little Big Horn in South LS. Herr Weston und ich will dich dort treffen. Wohh! Nicht aufhören! Ich... Ich glaube, ich liebe dich. Man, ich bin so schwer, so schnell zu stehen mit diesen Fools. Kannst du eine Real-Race machen? Devin' ein Lonerwund sagt, geh zu Haze Auto in South LS. So ist das wo ich warte. Wir sehen uns darüber. Ich glaube, wir beendet haben, seine Kindheit zu spielen. Hey, besides, it's his head on the block, if they get scratched. Trevor ist schon durchgeknallter Vogel, echt? Müssen die Werken ganz bleiben? Ja, ne? Dann hätte ich vielleicht... Fränklin nehmen sollen, ne? Hätte ich vielleicht Fränklin nehmen sollen, ne? ... 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 Ich weiß noch nicht, wo dieser Mann ist. Schau ihn an. Er ist der reale Deal. Ich habe das Haus gesehen. Er kann Dinge passieren. Also, er liebte dir, was du für mich waren. Ich habe dein Haus gesehen. Ich denke, dieser Mann kann mich zu Hause nehmen. Ja, vielleicht. Oder so. Ähm... Wir müssen bestimmt den Hafen, ne? Was ist dein Angle, Mike? Was meinst du? Wie, 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 dein Geist in dieser Runde? Don't worry, ich mache das. Ich meine, ist es nur die Schmerzen der Grün? Oder ist es ein anderes Ding mit diesem Mann und dich? Es fühlt sich so gut. Hey, ich versuche, was für Frank zu machen. Du hast, was er zu machen. Du hast, was er zu machen. Hey, aber es ist die Frau, ich sah sie zuerst. Don't get too creepy, okay? Alright, she's a professional woman, who's doing a job. Leave it at that. No sexual harassment in the marketplace team. Not on my watch. I'm serious! Both of you! Back off her! Hey, your car is still alright, right? Good to see you taking this seriously, Frank. Good management. If I'm finna do this, I'm finna do it right. So, uh, how's your car, Mike? Haha, my car is fine. Gee, I hope so. Cause I'm in charge of this shit. And I will dock your pay. The stains on the seats were here when I got in. Oh, come on, gee man, please! Ah, I think we'll have to get the points there, because... I think I got the points there. I already got the points there. Because... I already got the points there. Cause... I've already done the points there. The time is over. Thanks for the watching. Here comes the overtake! Und bis zum nächsten Mal.